Schneller lesen wie ein geölter Blitz? Schneller lesen wollten Sie immer schon mal lernen? Dann bieten sich hier jetzt eine fantastische Möglichkeit dafür. Lernen Sie schneller lesen mit dem Speedlaser. Der Speedlaser ist ein kleines, kompaktes und handliches PC-Programm. Es bringt Ihnen unter anderem bei, wie Sie mit einem Blick zunächst längere Wörter, dann komplette Sätze und zum Schluss sogar ganze Absätze erfassen können. Wenn Sie mit dem Speedlaser wirklich intensiv geübt haben, werden Sie sogar durch ellenlange Texte hindurchflitzen wie ein geölter Blitz. Jede Wette, wenn Sie erst schneller lesen können, hält sogar ein normaler Flachbildschirmscanner nicht mehr mit Ihnen mit. Schneller lesen? Wozu das alles? Ist es das, was Sie sich jetzt fragen? Zum einen ist Zeit natürlich Geld. Wenn Sie schneller lesen können als Ihre Mitmenschen, haben Sie einen deutlichen Zeitvorsprung, den Sie beruflich, geschäftlich und privat zu Ihrem großen Vorteil nutzen können. Und in letzter Zeit kommt sogar noch ein zweiter Vorteil hinzu. Die aktuelle PISA-Studie hat ergeben, dass sogar Erwachsene in Deutschland in Sachen Lesefähigkeiten auf das Niveau von 10-Jährigen herabsagen. Wenn Sie diesen Luschen jetzt auch noch entgleiten, indem Sie schneller lesen, haben Sie sogar fast keine Konkurrenz mehr in so gut wie allen Lebensbereichen. Schneller lesen können, Das bedeutet in der heutigen Zeit Informationsvorsprung, mehr Entscheidungssicherheit, mehr Einkommen und mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Vorteile von Speedlesen? Sie werden schneller lesen als jetzt und schon in wenigen Tagen statt den üblichen 250 Wörtern pro Minuten sage und schreibe 900 Wörter in derselben Zeit über Ihre Augen aufnehmen können. Wobei das nur die unterste Grenze ist. Viele Anwender können dank Speedleser sogar noch schneller lesen. Speedleser ist ein durch und durch an Ihrer Praxis ausgerichtetes Trainingsprogramm. Statt liebensferne Übungstexte können Sie hier nämlich vom ersten Tag an Ihre eigenen Texte verwenden. Vornehmlich Ihre aktuellen E-Mails oder beispielsweise Fachliteratur. Sie üben, dadurch schneller lesen und arbeiten zugleich Ihre tägliche zeitraubende Tageskorrespondenz rasch und effektiver ab. Sie schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos der direkte Link dahin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Subtitelung.